Schauen wir doch mal. Sensation. Lockerflock ich weg. Lockerflock ich weg. Neuladen. Erneuern. Zack. Kopieren. Gut. Rüstung habe ich komplett an. Passt. Muss ich davon was reinschmeißen? Eigentlich nicht. Nur so als kleine Info. Das ist der Tuni Maximus Account. Den ich beim letzten Video mal kurz gezeigt habe. Wir schauen jetzt noch mal kurz ob jemand von uns da angegriffen wird. Normalerweise holen wir jetzt erstmal in der Arena. Achso ist die Arena? Hätte ich gedacht. Ähm. Wir holen jetzt normalerweise bei der Magmaren Base. Hier drüben. Die Sphäre. Äh. Ja. Ja. Das muss immer kämpfen. Ich greife ja so lange normalerweise nicht an wie die Gegner mich nicht angreifen. Oder mein Partner. Damit. Mit. Mit. So. Ich gehe ja so dass du auf Sieg. Aber der Partner angegriffen. Gehe ich sofort mit rein. Ich mein. Das ist hier die Rüstung vom König. Mit Schulterstücke von Jamo. Streitachs des Mörders. Eine Flammeinfassung. Die Wundersamen Stiefel. Ich habe vor. Das ganze hier auch noch komplett Lila zu machen. Ähm. Ja. Panzerim des Zorns. Mit Rune. Brustharnisch. Und Weinschützer auch. Ähm. Ich bin nur auf Soldat. Äh. Gekommen. Durch die Arena. Genauso mit den ähm. Ähm. Warte mal kurz. Das ist eine internationale Arena. Also. Man spielt mit allen Leuten aus der Welt zusammen. Es können immer nur zwei Leute in der Arena. Also zwei gegen zwei Teams sind es immer. Der Bereich ist ein Level 3. Level 4. Dann Level 5 bis 6. 7 bis 8. 9 bis 10. Und so weiter und so fort. Und Level 20 ist ein eigener Levelbereich. Ähm. Man bekommt. 200 bis 4.800 Kühnheit pro Sieg. Und. An Samstagen. Wie heute. Wo ich das Video aufnehme. Ist die Kühnheit verdoppelt. Das heißt. Ich gehe so oder so auf Sieg. Von daher. Loggerflockige 400 Kühnheit normalerweise geschenkt. Weil die Kühnheit staffelt sich natürlich von Level her. So. Das abgegeben. Arena. Wenn eine andere rauskommt. Kaffe ich ihn direkt an. Einfach nur. Dass ich mir auch noch ein Skype abhole. Weil ich ja. Eigentlich hauptsächlich Arena für die Skype. Äh. Die Skype. Äh. Wenn es möglich ist. Ist Level 3 auch sehr einfach. Weil die Leute da meistens reingehen. Und nur kämpfen wollen. Ähm. Warten wir jetzt hier allerdings noch. Normalerweise müsste er gleich rauskommen. Ich zeige euch gleich auch noch. Wofür. Arena auch ziemlich praktisch ist. Ich meine. Zumindest für die. Die. noch keinen Drachenkrieg spielen. Na komm her. Jetzt ist der rausgegangen. Jetzt ist der Dreckige. Jetzt ist der Dreckige. sehr viel. Naja. Gehen wir wieder in die Arena. Schauen ob er damit angegriffen hat. Ne. Dann hole ich mir. was rein. Hat er jetzt. Was reingeschmissen. Ha. Oh. Ich meine da auch was rein. Alter. Jetzt bin ich gespannt. Ich pechert ja nämlich echt. Alter. Ok. Dann machen wir mal langsam hier. Ich hab die beste Rüstung. Aber ich bin tot gebufft. Scheiße. Hahaha. Aber er hat. Zwei Teile. Quasi. Drei Teile quasi raus. Er hat nur einen. Normalen Trank. Zum heilen. Das heißt. Für mich. Ich spiele auf Zeit. Warte. Dass die andere da. ihren Zügen durch hat. Und danach soll sie bei mir mit rein. Zack. Und nochmal. Dann auf Block. Und auf runter. Wir ziehen noch ein bisschen. Auch wenn es sich da ein bisschen hoch heilt. Hauen wir schon mal das Banner rein. Wie gesagt. Er hat nur einen Heiltrank. Ach. Scheiß drauf. Ich hol es. Jetzt kommt der Köder. Genau. Hat Schriftrollen dabei. Hör auf. Außen. Alter. Jetzt hat er mich nicht mehr. Ja. Das ist das Steinhautelixier mit. Stunt Einlauf. Ja. Dann hau ich mir halt danach. Ein paar Sägen rein. Und haut drauf. Oder ich wollte einfach. Bis sie. Die. Die Sphäre. Ja. Es geht mir gerade ein bisschen gegen den Strich. Normalerweise bin ich quasi in der Position hochgepackt. Sonsters. Und kenne alles. Vielleicht kommt wieder eine Schriftrolle. Da. Ja. Allerdings. Wenn es jetzt die Sphäre abgibt. Haben wir gewonnen. Ja. Jetzt hat er ein bisschen. Eis. Ja. Trotzdem. Ähm. Ja. Ich zeige jetzt vielleicht nochmal kurz die Ding. Die Statistik. Ja. Oder ich verkack's. Weil ich doppelt drauf klicke. Gehen wir nochmal auf die Arena. Stellen wir uns schon mal rein. Aktuelle Schlachtfelder. Abgeschlossene Instanzen. Hier. Also. Manchmal groß. Sie hat einen Mack gekillt. Und zwar den da oben. Und hat danach die Sphäre abgegeben. Pro Sphäre bekommt man zwei Punkte. Ich hatte ja auch schon einen abgegeben. Das heißt wir hatten vier Punkte. Und sie hat ihn gekillt. Das heißt wir hatten fünf Punkte. Dadurch musste ich im Endeffekt nur ziehen. Auch wenn ich ihn dann zum Ende noch besiegt hätte. Was aber so ziemlich schniegel war. Und ja. 700. Kühnheit umsonst bekommen. Warum auch nicht. Ähm. Ja. Worauf ich noch hinaus wollte. Äh. Ja. Samstags doppelte Kühnheit. Pipapo. Die Rüstung. Genau. Ähm. Arena macht erst dann richtig Spaß. Wenn man Nordwind oder Knochenbrecher ist. Also. Ich bin Knochenbrecher. Das heißt ich gritte viel. Und mach viel Damage. Halt dafür nur mittelmäßig aus. Und weich eigentlich relativ wenig aus. Allerdings habe ich hier Schulterstücke. Normalerweise hat man Schulterstücke auf Stufe 4. Ich habe die hier mir aber im Auktionshaus gekauft. Ziemlich günstig. Ähm. Ähm. Kampffähigkeiten. Talente. Hier. Äh. Äh. Ich bin auch nochmal erhöht. Weil ich ähm. Ähm. Schutz vor physischen Schaden. Zwei Prozent habe. Ich habe 80. Äh. Leben mehr. Und äh. 7 Prozent mehr kritischen Schaden teile ich aus. Was. Ziemlich. Stark. Äh. In solchen Situationen ist. Man hat vorhin gesehen. als ich die Sphäre abgegeben habe. Dass da unten so ein grüner Text aufgepoppt ist. Dass eine Aktivität abgeschlossen ist. Und zwar war das die hier. Dass man eine Energiesphäre abholen soll. In der Arena. Und wenn man die abgegeben hat. Kann man hier eine Belohnung einsammeln. Ist dann so ein Belohnungskästchen. Das mache ich dann gleich auf. Naja. Wenn man fünf solche Aktivitäten angeschlossen hat. Hat man hier dann noch so eine Aktivität. Die dann noch mal extra belohnt. Kann ich jetzt auch noch abholen. Und hier unten noch die. Wer die Sieger in der Arena. Der unterirdischen Ritter. Hol ich mir auch noch ab. Diese Aktivitäten kommen nur einmal täglich. Also alle 24 Stunden werden geresettet. Beziehungsweise ab 24 Uhr. Bis 1 Uhr. Und. Da. Bekommt man immer aus den Drohnen. Normalerweise. Oh. So kann man. Kettenblied. Normalerweise halt. Segen. Und. Tränke. Diese Sägen sind. Halt auch in Tränken verpackt. Aber. Meistens halt. Die guten. Wenn ich denn mal. Oh. Ich habe nur Scheiße bekommen. Cool. Ja. Die Kristallerdämmerung. Das ist erst ab Level 7. Das ist jetzt noch. Allgemein. Für diese Videoreihe. Auf meinem Kanal. Irrelevant. Und. Ja. Kaufmannszeichen. Mit denen kann man sich auch noch. Diverse Sachen im Jahrmarkt kaufen. Und. Kettenglied. Die braucht man noch später. Um sie zum Beispiel. Einen. Lila Helm zu machen. Der auch gute Stats hat. Aber. Ich gehe jetzt erst noch mal. Ein bisschen näher. Auf die Arena ein. Hier ist noch mal. Die Seite von der Arena. Man kommt jetzt rüber. Über den Button. Schlachtfeld. Kann eintreten. Ab Level 3. Geht halt bis Level 20. Besteht aus. Zwei Leuten. Jede Gruppe. Sowohl. Magmann. Als auch. Pumis Seite. Und. Man kämpft halt dann gegeneinander. Bis man fünf Punkte erreicht. Wie ich schon gesagt. Zwei Punkte. Für jede Sphäre. Die abgegeben wird. Jeder Spieler. Kann nur eine Sphäre. Abgeben. Das heißt. Es wird am Ende. 4 gegen 4 stehen. Und danach. Ein Kampf. Welches Team. Quasi besser ist. Normalerweise. Bin ich. Mit jemand anderem. Immer in der Arena. Aber der. Hat zurzeit. Ein bisschen weniger Zeit. Und. Deshalb. Bin ich da. Solo. Gelistet. Zurzeit. Die. Mit der. Ich vorhin. Da gespielt habe. Die ist eigentlich. Ja. Auch. Ganz okay. Ist gut dabei. Mit der Rüstung. Sie hat. Eine blaue. Blaue. Rüstung. Für ihr Level. Auf Nordwind. Also. Gaunas. Sie weicht häufig aus. Teilt moderaten Schaden aus. Und. Hält dafür. Wenig aus. Ähm. In. In den vorherigen. Runden. Die waren. Ich kann da mal. Kurz. Eine zeigen. Achja. Ne. Das euch wundert. Das hier ist auch. Ja. Ich meine. Ich brauche. Mein. Klienten. In den. Klienten. Nicht. Deswegen. In den. In den. In den. In den. In den. Quests. In den. In den. In den. In den. die arena. Kommt. Und. Wird. Meistens. Direkt. Angegriffen. Weil. Die Leute. Einfach. Nur. die. Scalps. Wollen. Für. Gewisse. Quests. Beziehungsweise. Ab. In diese. Scalps. Kann man auch. Abgeben. Dadurch. Dann. Einmal. Ein. Segen. Bekommen. Und. Gleichzeitig. Sammelt man. Damit. Gute. 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 Kühnheit. Allerdings. Mir. Schon. Gesagt. Ich. Warte. Aus. Solidaritätsgründen. Dass. Die. Anderen. Die. Sphäre. Abgegeben. Außer. Sie. Greifen. An. Dann. Wäre. Ich. Mich. Natürlich. Und. Allein. In. Der. Getötet. Also. Beide. Zweimal. Weil. Er. Jedes Mal. Direkt. Angegriffen hat. Wo. Ich. Nicht. Wusste. Warum. Am Anfang. Waren sie sogar. Zwei Minuten. Alleine. Gegen mich. Weil. Der. Zweite. Der. sich. Auf der menschenseite. Der sich. Gelistet hat. Hat nicht angenommen. Dann. Wartet. Das. Meistens. Etwas kurz. Bis es den nächsten. Rein zieht. Beziehungsweise. Bis sich einer. Einzelne. Meldet. Man kann ja auch. Als gruppe. Melden. Er. Wurde dann. Der nächste. Reingezogen. Das war. Die. Lucina. Zeige ich nochmal kurz. Ihre Rüstung. Ja. Okay. Sie hat jetzt gerade. Wieder alles ausgezogen. Sie hat halt. Alles in. Nordwind. Von daher. Wischung sagt. Eine gute Rüstung. Eigentlich. Ähm. Haben die sich angezogen. Oder sind sie schon wieder nackt? Ja. Bei ihm sieht man es nicht. Aber. Er hat. Wenn ich mich nicht. Täusche. Auch. Ich schau mal kurz. Was ich für Stats hab. Nein. Doch. Nein. Nein. Hat er nicht. Er hat wie ich Knochenbrecher. Allerdings. Eine andere Rüstung. Also. Noch nicht so gut. Oder. Er hat seine Talente. Noch nicht so hoch. Und. Ja. Er hier. Auch im Knochenbrecher. Ähm. Wie schon gesagt. Er hier. Vom deutschen Server. Hat er Meinung. Mich da und anzugreifen. Ich fand's okay. Ich hab in der. Arena. 5000. Kühnheit gemacht. Das war. Fast alles. Für. Mein. Soldatenrang. Und. Gleichzeitig. Halt. Die. 5 Morde. Also. Die. 5 Max. Getötet. Was mir. 5 Skalbe. Eingebracht hat. Was ich später. Definitiv. Aber. Das war's jetzt erstmal. Was die Arena angeht. Ich werde natürlich noch. Videos über. Äh. Die Kristallöl. Und über den Tempel. Machen. Und. Auch öfter mal. Videos dann von der Arena. Wieder hochladen. Wie es dann abgelaufen ist. Beziehungsweise. Äh. Von dem Gameplay an sich. Wo ich dann auch mal. Voll gebufft. Und. Ein bisschen. Um mich rumschlag. Und. Mal zeigen kann. Wie das meistens. Eigentlich aussieht. Und. Das war's. Erstmal. Von mir. Ich hoffe. Das Video hat euch gefallen. Und. Schalt beim nächsten Mal. Wieder ein. Ich verlinke natürlich. Dann auch nochmal unten. Hauptkanal. Von. Der. Deutschen. Äh. Drachenkrieg. YouTube Community. Und. Natürlich sind alle. Referral Links. Aufholen. Für. Nimmt. Aufholen. Aufholen.